Also deine Aufgabe hier ist es, ihr ganz schnell einen neuen Ball zu geben, wenn sie keinen mehr hat. Und was du ansagen sollst, ist die Position auf dem Feld. Position 5 oder Position 6. 5 oder 6, eines von beiden sagst du an. Und dementsprechend schlägst du auf die 5 oder du schlägst auf die 6. Du hörst das hinten in der Abwehr und dementsprechend musst du agieren. In dem Moment, wo du hörst, was sie sagt, kannst du da hingehen auf die 5 oder auf die 6 und musst den Ball da abwehren und dann tauchst du jedes Mal wieder. Los geht's! Okay, gut! Okay, gut! Vielen Dank.